Ich liebe Tempo, ich liebe Schnelligkeit und will das in erster Linie natürlich dann, wenn man das auch liebt, dann auch umsetzen hier. Und deshalb bin ich hierher gekommen mit viel Spaß, mit viel Freude und natürlich gut erholt, aber ich denke auch gut vorbereitet, um das Amt hier in Würde tragen zu können. Ich bin auf eine sehr gute, wache Mannschaft getroffen. Also ich habe das schon bei der Ansprache in der Kabine gesehen. Wir haben eine kurze Ansprache in der Kabine gemacht und dann wollten wir uns dem widmen, was wir alle am liebsten machen, kicken. Und deshalb sind wir raus und da habe ich dann gesehen, dass da eigentlich Qualität, Begeisterung auf Spaß und auch auf Leidenschaft treffen kann. Und das gilt es jetzt anzusteuern, das geht es jetzt hervorzukitzeln aus diesem Team. Ich bin überzeugt, dass wir hier morgen auf dem Platz von der ersten Minute an einen Kampf sehen, ein Element sehen, was wir dann eigentlich immer sehen wollen. Und das gilt jetzt, bei mir an den richtigen Stellschrauben zu drehen und das Licht anzumachen da.